Hilfe, Wutanfall, mein Kind ist total außer sich und ist nicht mehr zu beruhigen und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Hier im Video gebe ich dir ein paar ganz konkrete Hilfestimmungen, also bleib dran. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Svenja Löwe, ich bin Ergotherapeutin, Autorin, Familienberaterin und nicht zuletzt selbst hochsensible Mama von drei Kindern. Ja, das Thema Wut ist ein ganz großes Thema. Ich habe in einem anderen Video schon, oder ich habe schon zwei Videos dazu gemacht, hier geht es wirklich um den ganz konkreten Fall von einem Wutanfall. Ja, also im Medialfall ist es natürlich so, dass du eingreifst, bevor es soweit ist, bevor der Wutanfall da ist, weil nur dann helfen die meisten Hilfsmöglichkeiten. Wenn der Wutanfall da ist, wenn das Wut gewitterlos bricht, dann kannst du nicht mehr viel machen, außer das Ganze zu begleiten und zu schauen, dass es vorbeigeht, ohne größeren Schaden, also Schadensbegrenzung zu treiben. Ja, das sei einfach gesagt, das Kind ist in dem Moment kognitiv nicht mehr erreichbar. Also weder diskutieren, erklären, schimpfen, Konsequenzen androhen, nichts hilft. Das kannst du dir einfach sparen. Das macht es meistens nur noch schlimmer. Das heißt, was kannst du denn tun, wenn es denn wirklich soweit ist, wenn dein Kind völlig im Anfall ist. Also es ist wirklich, wie gesagt, es ist ein Anfall, das Gehirn ist nicht mehr aufnahmefähig. Ja, dann kannst du wirklich nur noch schauen, dass du dein Kind so in Sicherheit bringst, dass es weder dich oder anderen noch sich selbst auch verletzen kann. Ja, dass du es eben aus der Situation rausnimmst, dass du es vielleicht auf den Boden legst oder aufs Bett legst, wo es sich wirklich nichts tun kann. Dass du vielleicht aus der Schussbahn rausgehst, wenn es um sich tritt. Ja, dass du da, ja, wie gesagt, darauf achtest, dass da nichts passiert. Zum anderen musst du schauen, was du brauchst. Du brauchst Körperkontakt, du brauchst keinen Körperkontakt. Manche Kinder wollen dann wirklich gehalten werden. Die brauchen diesen Körperkontakt, dann musst du es ganz fest in den Arm nehmen. Andere können das in dem Moment gar nicht, ja, die wollen wirklich ihre Ruhe, die wollen, dass du weggehst. Aber dann bleib in der Nähe und guck, dass da wirklich nichts passiert. Zum anderen musst du auch schauen, nimm es nicht persönlich, ja. Also auch wenn du beschimpfst, dein Kind meint es nicht so. Es ist selbst absolut in Not, es ist eine absolute Notsituation und es macht nichts gegen dich. Es macht was für sich, also nimm es nicht persönlich. Dann zum anderen, versuch wirklich ruhig zu bleiben, versuch wirklich bei dir auch zu bleiben. Das ist auch sehr, sehr schwierig, weil wir sehr von der Hut auch getriggert werden. Ich habe es im anderen Video schon erklärt, dass das oft Emotionen sind, mit denen wir nicht gelernt haben, selbst auch umzugehen. Und dann will das eben irgendwann draußen gesehen werden und dann kann es eben sein, dass so eine Wut deines Kindes dich selbst sehr triggert. Wenn das in einer Situation auch so ist, dass du getriggert bist, dass du merkst, dass deine eigenen Emotionen überfluten dich auch gleich. Ja, dann geh raus aus der Situation und bevor du reagierst, geh wirklich schnell raus und atme. Guck, dass du in deinen Körper kommst, dass du bei dir bist. Streich deinen Körper ab, klopf dich ab, ja. Lass auch mal einen Schrei raus, vielleicht in einem anderen Raum, nicht gegen deinen Kind, sondern einfach um diese Energie rauszulassen. Ja, guck da wirklich, dass du bei dir bleibst und sorge immer gut für dich, dass du in deiner Kraft bist und dass du das eben gut begleiten kannst. Und umso besser es dir geht, umso eher kannst du eben auch so eine Situation adäquat begleiten. Ja, und wie ist es dann, wenn so ein Rotanfall draußen passiert ist? Du bist ja nicht immer zu Hause und oft passiert es dann eben draußen, wo andere Menschen sind. Und dann sind wir auch sehr oft im Außen und denken uns, mein Gott, was denken jetzt die anderen? Und das kann ich doch jetzt so nicht machen und das ist so peinlich oder, oh, ja. Versucht da wirklich den Fokus von außen zu euch zu nehmen. Also seid präsent bei deinem Kind. Guck, was brauche ich, was braucht mein Kind? Und das hilft meistens auch schon ganz gut, um das Außen einfach so ein bisschen auszublenden, ja. Also wirklich ganz präsent in dieser Situation bist bei deinem Kind. Und schau, dass du dann schnell aus der Situation rauskommst, wenn du im Supermarkt bist zum Beispiel und es da einen Rotanfall gibt. Guck, dass du schnell zur Kasse gehst, dass du schnell da durch bist und dass du dann woanders bist, dass du zum Auto gehen kannst und den Kind da erstmal austoben lassen kannst. Weil wie gesagt, du kannst nicht warten, bis es vorbei geht. Du kannst es meistens nicht verkürzen oder abschalten. Gut ist es natürlich dann, wenn du selbst nicht in die Wut kommst und nicht schreist und einfach sehr beruhig bleibst. Dann machst du es auf jeden Fall nicht mit Schlimmung. Ja, und dann, wie gesagt, kannst du einfach nur abwarten, bis es vorbei ist. Und im Nachhinein musst du dann einfach schauen, ob ihr darüber nochmal sprecht. Ganz wichtig dabei ist aber auch, dass du deinem Kind genug Zeit gibst, dass du dir so lang genug wartest. Weil wenn du nicht lang genug wartest, kann es sein, dass das Kind wieder in die Emotionen fällt und es quasi noch ein Rückfall gibt. Also warte da lang genug und dann überleg dir wirklich, ist es sinnvoller, nochmal darüber zu sprechen. Weiß dein Kind vielleicht selber, dass es da einfach ungünstig war. Vielleicht schämst du dich da selber dafür. Dann brauchst du vielleicht auch gar nicht mehr darüber reden und zugleich noch Schlimmer machen. Oder trau dir auch ein bisschen auf dein Gefühl. Wenn du merkst, dein Kind möchte vielleicht auch nochmal darüber sprechen, dann gib ihm die Möglichkeit. Oder wenn du das Gefühl hast, dann steckt noch mehr dahinter. Weil oft steckt ja, am meisten steckt ja Frucht oder Trauer hinter dem Buch. Dann guck und geh da ins Gespräch mit deinem Kind. Was beschäftigt dein Kind denn momentan? Was steckt dahinter? Was war der Auslösung? Was ist dem vorausgegangen? Wenn du auch das Gefühl hast, dass du überreagiert hast, dann entschuldige dich auch. Und sag deinem Kind, dass du das nächste Mal vielleicht anders machen möchtest. Und überleg auch mit deinem Kind, was könnte man denn das nächste Mal anders machen? Oder was möchte dein Kind denn von dir? Was würde es sich wünschen? Gerade auch mit dem Körperkontakt. Frag dein Kind, willst du, dass ich dabei bleibe? Auch wenn du mich wegschickst, soll ich dich in den Arm nehmen oder nicht? Das können die Kinder auch hinterher oft ganz gut sagen und sagen, was sie da brauchen. Also geh da gerne nochmal ins Gespräch. Aber wie gesagt, vertraue da auch deinem Gefühl. Und schau, ob es sich in dem Moment lohnt, ob es passt oder nicht passt. Und such auch den richtigen Zeitpunkt dafür aus. Warte lange, vielleicht auch eine ruhige Minute. Und nehmt euch einfach im Arm auch. Und bestraft es nicht dafür, verurteilt es nicht dafür. Sondern sag deinem Kind auch, dass du es lieb hast oder dass du es immer lieb hast. Und das soll nicht wirklich schon niemals etwas darin ändern. Genau, das sind so die Möglichkeiten, die du während so einem Gutanfall hast und du hinterher nochmal damit umgehen kannst. Ja, dann wird es leichter, so gut auf diese Kleiden. Es wird meistens auch besser mit zunehmendem Alter. Aber umso früher du auch deinem Kind reinkommst, um gut und adäquat wieder gut umzugehen. Und selbst auch Möglichkeiten an deren Kind, wie es vielleicht auch im Vorfeld reagieren kann, umso leichter wird es auch mehr Zeit. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Abonniere auch gerne meinen Kanal. Komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe, wo du dich mit anderen Eltern austauschen kannst. Und ich begrüße dich auch sehr gerne auf meinem Instagram-Kanal, wo viele aktuelle Impulse für mich gekommen sind. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Kraft bei der Umsetzung und schiebe dir viele Löwensteine Grüße. Mach's gut und bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.